Vergrößern, verkleinern, Frank Evina feierte Ende April gegen Eintracht Frankfurt sein Bundesliga-Debüt für Bayern-Urheberrecht. Gerti Emmett steilen, biterne Mail-Kommentare der FC Bayern bastelt weiter an seinem Kader für die Zukunft. Nach Lars Lukas May und Meritan Schabani erhält ein weiteres Talent einen Profi-Vertrag beim FCB. Der FC Bayern hat das nächste Nachwuchstalent mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Frank Evina hat beim Rekordmeister einen neuen Kontrakt bis 2021 unterschrieben. Das teilte der Rekordmeister am Freitag mit. Evinas ursprünglicher Vertrag lief noch bis 2019. Der 17-Jährige feierte Ende April gegen Eintracht Frankfurt sein Bundesliga-Debüt. Der Offensivspieler ist nach Innenverteidiger Lars Lukas May und Meritan Schabani der dritte Nachwuchsspieler, der in dieser Saison zu den Profis aufgerückt ist. Frank ist ein schneller Offensivspieler, der athletisch enorm viel mitbringt, beschreibt Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Wir sind sehr froh, ihn langfristig an uns gebunden zu haben und wollen. Seine gute Entwicklung weiter vorantreiben. www.witter.com-bayern-status-994956214097383424 Evina will Vertrauen zurückzahlen. Evina spielt seit Sommer 2013 bei den Bayern, durchlief seit der U14 alle Nachwuchsmannschaften der Münchner und kam in dieser Saison auf 16 Einsätze für die Reserve. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich diese Chance beim FC Bayern erhalte. Ich will in den nächsten Jahren weiter viel dazu lernen und das Vertrauen des Klubs mit guten Leistungen zurückzahlen, sagte Evina. Zuvor hatten die Bayern bestätigt, dass auch die Routiniers Arjen Robben und Rafinha dem FC Bayern treu bleiben werden und neue Verträge bis 2019 unterschreiben. Teilend Viterne Mail Kommentare mainly in der nächsten Originły Ingerland-Outpage